weil du zu uns und ich bin in der Regel aber du bist so schnell mit dem wenn du mir noch einmal du bist so schnell ich bin auch so okay und durchfährst und von Buhn und Ach du nimmst du nimmst du mich fest, ja? Bitte? Ich dachte du nimmst mich fest, ja? Mach mal richtig zu. Komisch. Ich weiß gar nicht wie du ausnimmst willst du den Handschellen. Wie komisch aus für dich. Fänger weg davon, das ist mein Sklave. Fänger weg. Wie? Ich wollte jetzt nie geholt. Das ist mein Sklave hier. So, ich denk du nimmst mich fest jetzt. Was ist denn los mit dir? Redest du nicht mehr mit mir? Oder was? Ich red mit dir. Hallo, ich red mit dir. Entschuldigung, mir sind die Augen verbunden. Ja. Die Augen braucht man nicht zum Reden. Ach so, macht ja nix. So. Ich denk du nimmst mich jetzt fest hier, wenn ich mit dir rede. Ich hätte sowieso nicht mal Handschuhen gehabt. Gut, macht ja nix. Was? Wir gehen mal ruhig spazieren, ha? Damit du ein bisschen frische Luft kriegst. Ja, machen wir das. Genau. So wird's gemacht, ne? Ja. Du wolltest mich grad festnehmen? Für was? Für was? Oder wieso? Oder wieso? Bitte? Ich hab dich mal Handschuhen dabei. Ja, macht ja nix. Aber das ist eigentlich. Aber drohen kann so, oder? Ja, mach ich doch. Lass dir doch in Ruhe. Ja, 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 lass dir doch in Ruhe. Kannst du erstmal deine Besen mit Schillen hier, ne? An der Kiefer hier. Kannst du nur den Tanz ab nutzen die ganze Nacht? Ja, was hältst du davon? Ja, mach ich. Sehr gut. Sehr gut. Anscheinend kommt da seine Mutti ja nix anderes raus als Tanz ab nutzen. Viel Spaß hier. Ja, aber ich find das, ich find das ehrlich gesagt schon bisschen traurig. Ja. Du bist traurig. Ja wirklich, ich mein guck mal. Wir sind alt genug, glaub ich, um das zu wissen. Ich guck mich. Ich glaub wir sind alt genug, um das zu wissen. Ich glaub wir sind alt genug, um das zu wissen. Und ich glaub, sie versteht selber was sie grad für einen absoluten Müll machen, oder? Ich mach keinen Müll. Also was sie gemacht haben. Ich weiß ganz genau, dass sie sich bewusst dorthin gestellt haben. Ich mach keinen Müll. Und ich glaub in ihrem Alter ist das schon... Ich weiß gar nicht von was sie reden, die kenn mich doch gar nicht. Was für ein Alter denn? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Was für ein Alter denn? Von was reden sie denn eigentlich gerade? Ja, und hässlich auch noch dazu, oder? Von was reden sie eigentlich? Ist doch scheißegal. Was sie doch nicht zu interessieren. Alter und hässlich? Ja, wir unterhalten sie so gerade, oder nicht? Was mein sie eigentlich damit? Alter, hässlich, und so weiter. Keine Ahnung, was sie meinen von mir. Ja, mach ich gut. Ich lass ihnen in Ruhe. Ja, mach ich gut. Ich lass ihnen in Ruhe. Ich hoffe für sie, dass sie nicht flüchten, oder versuchen zu flüchten, in irgendeiner Weise, ne? Ich werd sie in Ruhe lassen. Wenn sie, wenn sie, wenn sie zwei Minuten lang nicht mit mir reden, würde ich hier weg. Äh, sie haben gesagt, sie haben gerade zu mir gesagt, ich soll sie in Ruhe lassen und sie einfach nur stehen lassen. Sie soll mich in Ruhe lassen und mich frei lassen. Ne, frei machen. In Ruhe lassen heißt nicht, dass sie mich gefesselt einfach mitten im Wald stehen lassen sollen. Nein, frei machen. Frei machen? Auf keinen Fall. Ich werd sie in Ruhe lassen, ne? Aber sie müssen mal ihre Strafe akzeptieren, ne? Ich weiß ja nicht, was ich... 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 Ich weiß ja nicht, was ich hier getan habe. Ansonsten werd ich auch nicht weiter mit ihnen reden. Ich möchte hier weder stehen gelassen werden, alleine. Tja, haben sie aber gerade gesagt. Irgendwie weiter mit ihnen das Gespräch ziehen. Doch, haben sie aber gerade gesagt. Ich werde ab jetzt auch kein Wort mehr sagen und ihnen auch nicht mehr zuhören. Ne? Ich find's dennoch in ihrem Alter ziemlich lächerlich bei dem, was sie vorhin getan haben. Ich weiß gar nicht. In ihrem Alter. Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, vielleicht doch. Wie alt bin ich denn? Wenn sie jetzt dreimal eine falsche Antwort geben, sterben sie. Sofort. So. 27. Falsche Antwort. Nächste Antwort. Ich kenn's ja nicht genau. Falsche Antwort. Nächste Antwort. Es hat nichts... Es war keine Antwort von... Falsche Antwort. Nächste Antwort. Einmal haben sie noch ne Chance. Das ist schwer. Ich würde mal schützen... weiß ich nicht. 23. Tja.